So, es ist morgen und so langsam werden wir wach. Morgen! Nicht schimpfen, ich war nur scherzig. Ganz schön quirlig schon, ne? Ja, dann geht aber jetzt gleich hier das Laufen los, ne? Klappt noch nicht alles, aber schon gar nicht so schlecht. Das haben wir jetzt bei der Morgenwäsche. Ja, jetzt kommt der Hunger auf. Ja. Tu ihm doch die Gefallen. Sie reinigt erst den Bauch. Sonst hat sie alle hingekriegt. Ilonka, du machst das auch spannend. Ich muss erst mal gucken, ob alle sauber sind, vor dem Frühstück wirklich zu waschen. Ja, da ist aber echt Alarm in der Bude jetzt. Fack dich doch hin, Süße. Lass sie nicht so lange reisen. Der hat es nicht so lange reisen. Was ist der? So, Kärmaschmash dich einschaut. Ja, gebellt wird die auch schon. Komm mal hier, meine Ruhe. Ach komm, das ist ja etwas auf dem falschen Abzweiger. So, jetzt gibt es Frühstück. Jetzt sucht euch mal die Frühstück.